Moin Leute, willkommen in Budaland. Im heutigen Video geht es um die Frage, warum ich meinen OnePlus 8 Pro gegen das Google Pixel 5 eingetauscht habe. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Wenn man sich mal die nackten Fakten anschaut von diesen beiden Smartphones, kann man es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, rein von der Hardware und vom Papier her ist das OnePlus 8 Pro eigentlich in allen Belangen besser als das Pixel 5. Sei es, was das größere Display angeht, der Akku ist größer, da ist ein Snapdragon 865 drin, hier ist so der 765 drin, hier ist mehr RAM drin, mehr Speicherplatz. Also wie gesagt, auf dem Papier ist das OnePlus 8 Pro eigentlich besser. Dazu muss man verstehen, ich habe ursprünglich das 8 Pro mir geholt, nachdem ich vorher das 7T hatte, einfach weil ich den Zoom nutzen wollte, nur um dann festzustellen, okay, eigentlich benutze ich ihn doch nicht so sehr und für meine Videoaufnahmen tockt das auch nicht so wirklich. Auf jeden Fall, ich meine, man muss sich nur mal die Größe anschauen, hier ist schon ein riesen Unterschied, jetzt sind es ja immer noch 6 Zoll, aber das OnePlus 8 Pro ist halt einfach eins von den aktuellen Flaggschiffen da draußen, was sich preislich ja auch bemerkbar macht. Ich meine, ich habe das da vor ein paar Monaten noch für 830 im Angebot bei Amazon gekauft. Ursprünglich sind es ja eher so um die 1000 Euro gewesen, da ist natürlich das Google Pixel 5 auf jeden Fall günstiger gewesen. Jetzt ist trotzdem die Frage, was hat mich bewegt, das Smartphone zu wechseln und fangen wir vielleicht mal erstmal so, ich meine, ich sage gleich, das sind alles sehr subjektive Themen, Aber das erste Thema, was mich total an dem 8 Pro gestört hatte, was ich beim 7T noch gut fand, sind diese Ränder. Also, ich meine, das ist halt das Problem mit diesen ganzen Curved Displays und so und das mag ich überhaupt nicht. Das erste Smartphone, das ich hatte, war damals das Samsung Galaxy S8, das war so das erste Smartphone mit diesen Curved Displays, was ich hatte. Und, oh, es hat mich wahnsinnig gemacht. Und auch heute ist es immer noch so, ich sehe da keinen Mehrwert drin. Auf dem Papier sieht das Display größer aus, aber eigentlich hat man eher Probleme damit, als dass es wirklich einen Mehrwert bringt. Die ebenfalls mich sehr gestört und bis jetzt überrascht hat, war das Thema Kamera. Ich meine, ihr seht ja hier das 8 Pro mit seinem ganzen Kamera Array und dann hier das vergleichsweise kleine Pixel 5 mit der Kamera, die jetzt, glaube ich, keine Ahnung, drei Jahre alt ist oder sowas. Und was mich hier trotzdem gestört hat, wenn ich Snapshots gemacht habe, was ich im Alltag immer wieder mache, ich will Kinder fotografieren, ich bin draußen oder sowas unterwegs, dann mache ich einen Snapshot und 99% der Fotos sind die Dinger auf dem Pixel scharf und sehen super aus. Und mit dem OnePlus 8, ich weiß nicht warum, ständig war immer irgendwas verschwommen oder es hat ewig gelangen, die Kamera hat sich aufgehängt. Also das war einfach so, das hat mich wahnsinnig gemacht und diesen Zoom, der jetzt hier sich unterscheidet, den habe ich jetzt auch nie benutzt bzw. der war auch nie so berauscht und dass ich sagen musste, wow, das muss ich mir jeden Tag anschauen. Und über die Frontkameras rede ich jetzt immer nicht, die sind beide gut und taugen für das, was sie taugen sollen, aber wie gesagt, dieser Snapshot-Faktor, der beim Pixel schon immer cool war, das war auch so ein Punkt, der mich dazu bewegt hat. Ein weiteres Thema ist natürlich auch der Formfaktor. Ich bin ja immer ein Freund von kleinen Smartphones gewesen und das Pixel 5 ist halt echt selbst mit Hülle immer noch spürbar leichter und händlicher als das OnePlus 8 Pro und auch dieser längliche 18 zu 9 Formfaktor, der hat mir auch nie so wirklich gefallen. Also ja, das ist ein subjektives Thema, aber ich bin immer erfreundet, also ich habe auch ein iPhone 11 gehabt, ich habe einen iPhone 11 Pro Max oder irgend sowas. Also ich bin immer ein Freund von kleinen Smartphones gewesen. Was mich ebenfalls sehr überrascht und gestört hat, wir haben ja hier einen riesigen 4.500 mAh Akku und OnePlus hatte eigentlich immer ein recht gutes Verhältnis zu dem Akkulaufzeit. Ich muss sagen, mit dem OnePlus 8 Pro hatte ich ständig immer irgendwelche Akkuprobleme, warum auch immer. Also ich bin zwar über einen Tag gekommen, aber manchmal wurde es auch knapp. Keine Ahnung, woran das lag. Mit dem Pixel 5 überraschenderweise, ich meine, Akkuleistung war ja noch nie die Stärke von Pixel-Smartphones, aber seitdem ich jetzt das Pixel 5 habe, Bombe, ein, zwei Tage, überhaupt kein Thema. Ja, und ich weiß nicht, woher das kommt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir haben noch das tolle Dash-Charging oder Ultra-Speed-Car, wie auch immer das bei OnePlus heißt, Charging. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will, wenn ich in Ruhe zu Hause bin, möchte ich das Ding abends aufladen und ansonsten möchte ich zwischen dem Tag nicht aufladen. Das hat mich schon bei der Vsalkala genervt, dass man nach einem halben Tag immer die Smartwatch aufladen muss. Und das wollte ich beim Smartphone auch nicht machen. Und insofern Akkuleistung, super. Also das war nicht mal ein Kriterium, warum ich das Pixel 5 gekauft habe. Das hat mich jetzt einfach positiv überrascht im Nachgang. Ja, jetzt habt ihr meine subjektiven Themen gehört, warum ich mein Pixel 5 jetzt meinem OnePlus 8 Pro vorziehe. Jetzt schreibt mir mal, ob das für euch auch interessante Kriterien sind, weil in meinem Bekanntenkreis haben sich ja ziemlich viele Leute jetzt gerade ein Pixel zugelegt. Der eine oder andere hat es auch wieder schon verkauft. Aber schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Oder wer immer noch sagt, das OnePlus 8 Pro ist einfach umwelten besser als das Pixel 5. Würde mich mal interessieren. Damit bin ich jetzt auch schon fertig. Das war jetzt einfach nur so ein kurzer Vlog, wo ich mal dieses Thema kurz adressieren wollte. Ihr seht, Hardware ist nicht alles und auch Größe ist nicht alles. Jedenfalls in Sachen Smartphones. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.